das machen wir später oder und ich sag der stadt jetzt schon hier nicht weitermachen so okay so schön an der stadt sag ich sag ich dann hier nicht weitermachen so sehr schön wunderschön so wer bringt denn am meisten geld und die bringen noch minus das ist kacke okay es ist eine stadt und die braucht nicht viel könnten wir das war ein bisschen dumm von mir so hauen wir da mal ein paar runde naja du nimmst immer nur ein getreide das lohnt sich ja nicht so da schmeißen wir auch welche runter so du trägst zwei du trägst einen du trägst nix du trägst auch nix so jetzt hoffe ich doch dass die plus machen linie 2 warten da leute tatsächlich da warten leute dann schicken wir auf die linie 2 und dann nochmal 3 drauf so sehr schön so 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 ja Likon Stepke kennt meine meinung zu Discord schon auf Main Likon in Halo linii 3 Likon linii 3 Linie 3 Sehr schön Wollten wir nicht den ersten Zug bauen Es ist die Frage Machen die da unten jetzt auch Ja sehr schön Wunderbar Ja ich hoffe dass wir Dass TeamSpeak nicht komplett abgesetzt wird Was würde das kosten Eine Million Machen wir Warum kostet Was TeamSpeak kostet ja nur Geld weil er ja auf dem Server läuft Und den Server hat er ja sowieso Also ich wäre nicht froh wenn es nur noch Discord geben würde sagen wir mal so Ich bin froh Ich bin froh Und dann Ich bin froh 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 Ja, äh, ja, ne, Likon, äh, es ist anders, wenn du, wenn du dir einen kaufst, kostet das was, äh, der Teamspeak-Server wird ja aber dann höchstwahrscheinlich, äh, wird ja höchstwahrscheinlich bei den, bei Stepke hier mit dem Server drauflaufen und die haben ja höchstwahrscheinlich, äh, einen Root-Server oder sowas, denk ich ja mal, für die Webseite. Und wenn du einen Root-Server hast und da Teamspeak drauflaufen lässt, als Server, kostet der Server nix, weil das haben wir ja früher auch so gemacht. Und da haben wir nichts für gezahlt. Es kostet erst was, wenn du sozusagen, ähm, wie soll ich das sagen, wenn du Teamspeak-Server verkäufst, dann kostet's ja Geld, weil dann brauchst du mehrere Lizenzen. So, wie machen wir denn die erste Bahn? Bevor die mir alles verbauen. Hm. Ich könnte ja hier anfangen. Ach, Quatsch, ich bin falsch. Dampflok-Mod, Dampflok-Mods, da bist du, glaub, bei mir beim falschen. Musst dir, glaub, Likon-Fragen. Wo kann man da, wo kann man da im Forum Stellung nehmen, Likon? Dampflok-Mod, an. Jaaa. We Summer. So war's. Was? Ja, gell los man, nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe, die Zeit die du brauchst. Dann habe ich hier gleich mit 2,40m gebaut. Okay, dann geht es gleich. 1 Wir haben 1945 schon Oberleitung, ok, so jetzt, jetzt geht es mir erstmal zweitrangig um den schönen Bau, jetzt machen wir erstmal Effektivität und wenn wir dann später Geld haben, dann bauen wir das alles nochmal um, hallo Dienchen, ja Gerlos mein glaub ich dir, ach du Heilige, hab ich die ganzen, ich hab die ganzen Signal-Modzen mit reingeladen, oh Gott, das wird ja lustig. Achso, von dem geh, achso die kommen ja 1969 kommen die erst, ja dann nehmen wir halt das. Oh fuck. Hallo Naturers. Ne, schon lange nicht mehr gesehen, da hast du recht. So, machen wir das da hin. So, was haben wir für Züge, Dampflug, 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 Dampflug. Sind die so früh schon verfügbar? Ok. Ja, ja nicht, weil es da keine Absprache gab. Weil es gibt ja sozusagen das Forum und es gibt die Mod-Werkstatt. Achtzehn, hm. Das ist neunzig. Heu. Die kostet ne Million, die kostet 800. Äh, bruh, Tina. Ja. Die Songregress kommt erst später. Das ist, das hier ist ne Aufnahme. Äh, ja. Nehmen wir doch mal die. Äh, mit den. So, das ist Zug, Schornstein, Gretel, so. Jetzt bist du da angeschlossen. Oh, 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 oh. Müssen wir das auch mal ausbauen. Warte, Moment. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das so und dann fahren wir hier rüber. Ah, verdammte Hacke nochmal. Jetzt bräuch ich Linie 1 und Linie 2. Geil. Warte, fuck. So, 2, 3, 4 nach 4 gehst du mir da hin. 5, 6. Was ist das? Weg. Ja. Kann eins raus. Ja, 5, 6, 7. So, machen wir die 1 auch mal raus. Hier haben wir 1, 2. Hier haben wir 1, 2. Hier haben wir 1, 2. Dich. So, jetzt müssen sie sich erst neu verteilen. So, nach 1 nimmst du mir den da. Verdammt, der Hacke nochmal, merkt ihr das doch endlich? Hallo, Randeum. Haben wir noch Schulden? Ne. Was macht ihr denn alle da unten? Werd ihr blöd? Werd ihr? Ist halt auch alle da. What? Was ist das für eine Busspur? Kann ich noch gar nicht? Moment, unser Zug... Moment, unser Zug kann ja nicht groß Plus machen. Hm, Moment, Moment, Moment. Da muss ich kurz was umdenken. Hm? Ja.